Wer sagt eigentlich Action? Anja moderiert an. Du darfst gerne Action sagen. Action. Der Grundsatz ist, deswegen sage ich auch immer, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Viele sagen ja, mein Kind, viele sagen auch meine Frau, viele sagen auch meine Freundin. Der wichtigste Mensch im Leben kannst nur du sein. Weil wenn es dir gut geht, dann geht es allen gut, die in deinem Umfeld sind. Also ich fühle mich momentan sehr in meiner Kraft. Ich bin bei mir. Ich lasse mich nicht ablenken von links und rechts, sondern ich gehe meinen Weg. Ich habe meine Aufgabe erkannt, was ich habe in meinem Leben und die ziehe ich durch. Ja, es riecht gut. Das Wald. Wald. Ist gut? Ja, Zirbel ist nett, aber so ähnlich. Die Holz. Es bricht wie Holz. Ja, das ist Holz. Ja, das wissen die Zuschauer nämlich noch gar nicht, dass es mir am gleichen Tag Geburtstag kam. Am 7. Januar. Genau, das hat er mal gesagt. Zwei Steinböcke im Wald. Perfekt, oder? Ich habe kein zweites Leben im Kofferraum. Und ich möchte dieses Leben erleben und nicht verleben. Weil eigentlich ich echt im Reinen bin. Ich bin einfach nur dankbar. Alles andere ist eigentlich neben sich. Es ist mir ja wirklich eine Ehre, mit Gary Friedl auf dem See hier zu sein. Sie lachen und deswegen, weil wir es gerade sehr lustig gehabt haben. Wir haben es immer noch lustig. Ja, wir haben es immer noch lustig, aber nur, dass wir es erklärt haben, warum wir es eigentlich lustig haben. Weil wir uns eigentlich schon so oft drehen und gar nicht wissen, in welche Richtung. Jetzt sind wir zum Beispiel nicht in der Kamera. Macht das überhaupt nichts? Macht nichts, passt alles. Wunderbar. Irgendwie gibt es immer eine Lösung. Und wenn es keine Lösung gibt, dann wollte es eben auch er, dass eben der zu ihm kommt. Man weiß, dass ich gläubig bin. Das weiß man oder halt. Manche Leute wissen es jetzt nicht alle oder was auch immer, aber ich glaube an Gott. Und für mich ist es super, eben auch einen Anker zu werfen. Geh erzähl mir doch dein Herzensgeschicht vom Leben. Bitte. Jetzt muss ich lachen. Super. Na, fang an jetzt. Komm, kannst du noch 3, auf 3, 1, 2, 3.